Willkommen zum schlechtesten The Finding of Isaacs Spieler aller Zeiten. Wir spielen noch eine Runde mit Magdalene und gucken, dass wir diesmal viel, viel mehr erreichen, als bisher in allen anderen Runs. Oh, Schlüssel. Was das? Bombe? Homing Bombs. Heißt Zielsuchende Bomben, ne? Wir gucken, dass nicht, wo eine Münze versteckt ist. Oh, zurück, zurück, zurück. Oh Gott. Fängt da gut an. Gut, ne Bombe. Wir haben einen Schlüssel. Ach wisst, der Shop bringt uns jetzt nicht viel. Schade. Ähm, ich möchte auf jeden Fall das Silberner Herzchen haben. So. Wir haben einen Schlüssel-Boss, weil das Level war sehr klein. Monstro! So ganz superschlecht stelle ich mich ja gar nicht mehr an. Das war schlecht. Gut. Das war schlecht. Gut. Was sieht gut aus? Wunderbar. Wunderbar. Aus das Meer leben. Super. Super, super, super. Das Schönste wäre ja, endlich mal hier Mami zu besiegen. Aber, ja. Ach, da ist ein Stein, den habe ich nicht gesehen. Toll. Das ist natürlich sehr toll. Grusel! Habe Will! Zurück! Wir finden den Grollen extra Raum und was das? They grow inside. Die sieht aus als würde sie, keine Ahnung, gleich kotzen. Die Maggie. Gut, da ist Boss, da unten brauchen wir einen Schlüssel. Aber das ist eh wieder nur Shop und wir haben keine Minzen. Doof. Also. So. Achso, wenn ich getroffen werde, kommen die Fliegen oder was? So. 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 und wir wollen mich dann gehen wir mal zum nächsten boss ja da wäre nicht schwer das einzige was bei denen nervt ist die rumgekackerei da ich habe mich wieder treffen lassen total unnötig geschafft und noch mehr läden alter schwede oder oben ein satansraum was ist das split shot ok vielleicht gar nicht so schlecht was ist das der mensch ab unlocked wir haben eine neue einen neuen charakter a dead bird ok a curse ok achievements jetzt haben wir 5 fliegen um uns rum aber wir dann nur 3 leben wie am anfang aber unsere schüsse prallen ab überall ist ja geil ist ja geil ist ja echt geil ok ok wenn ich halt einen schlüssel hätte wäre das echt toll ok a obala also diesmal hat sich der deal mit satan gelohnt wir haben einen neuen charakter wir machen gut schaden vor allem diese schüsse gefallen mir die pillen lasse ich jetzt mal schlüssel sehr schön wenn die nicht so langsam wäre die mickey wollen wir die pille nähe lieber nicht lieber lieber nicht gehen wir erst mal den rest hier noch kunden das war dumm ich wollte keine pille die da ist gut aus Bombe. Hm, was haben wir da wieder? Eine Goldkiste sogar. Toll. Also wenn ich in diesem Run jetzt wieder das aus Blödheit nicht schaffe, dann flippe ich ausgleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. Ohhhh. Puh. Unglaublich. Man muss schon wieder viel zu wenig leben. Gegen Marm schaffe ich das sowieso nicht. Mal vielleicht im Shop und schon mal einen silberne Satz dazu kaufen. Würde ich fast sagen. Es gibt keins. Na ja klar. Shit. Also, auf zum Boss. Wer ist denn das? Chop. Den kenn ich noch gar nicht. Oh, den kenn ich doch. Okay. Der war einfach. Jaaa. Tränen und Leben ab. Wow. Geil. 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 Jaaaa. Oh, das war ja so. Guck. Ja, manchmal reicht es einfach drauf loszuballern. Äh, nein. Pille möchte ich nicht. Wieder nix gescheit. Karte, super. Pille will ich nicht. Prübe. Pride. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ist das... Anarchist Cockbook. Das war dumm. Das war sehr dumm. Eine tolle Lolbombe. Boss. Okay. machen sie lieber weg bevor ich noch irgendwann aus versehen dran schießen und dann dran verrecken ich kenne mich wenn ich schon geil je mehr gegner desto besser irgendwie ich habe keinen schlüssel schade die tür geht auch nicht auf warum gehen die nicht auf vielleicht weil ich schon zwei deeds mit satan gemacht habe ich habe keine ahnung ich überhaupt nicht brauche also da brauche ich die schlüssel und kommen nicht rein kommen wir zum boss 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 äh fistula auch nie der der sich aufteilt total nervig aber was ist er ja die 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 Ohne einen einzigen Gegenkrecher. Das ist Tears Up. Ähm, voller Schaden. Nein, nein. Wir nehmen nichts davon. Kann man das nicht leisten. So, sind wir jetzt im letzten oder vorletzten Level. Ah, dumm. Schlüssel. Muss das so ein Typ wie der Münzen haben? Boah. Gut. Ich möchte eigentlich dem keine Münzen geben, weil... Eigentlich bin ich ganz zufrieden. Wir haben die höchste Feuerrate, die es gibt. Gut. Ja, die Reichweite ginge ein bisschen mehr, aber... Pfff. Das passt schon so. Ganz schön viele Münzen. Ganz schön viele Münzen heute. Ne, keine Pillen. Ich traue Pillen nicht. Haben wir einen Schlüssel? Ja, Gott sei Dank. Na toll, falsche Richtung. Richtig Richtung. Richtig Richtung. Richtig Richtung. 33 Münzen. Äh, weg. 33 Münzen. Äh, weg. Okay. Mhm. Mhm. Wie soll man das bitte anders machen? Also man kann es bestimmt anders machen. Boah, einen Schlüssel haben wir nicht. Und da wäre der Coin Shop und wir haben so viele Münzen. Wut. Wuhu. Wut. sehr schön Boss gehen wir extra noch nicht da oben gibt es noch was äh nein keine Ahnung was die Räume sein sollen nach wie vor ein einziger Wurm ist ja mal total geschenkt wir haben wieder keinen Schlüssel schade sehr schade dann ja ähm Boss auf zum Boss äh falscher Weg falscher Weg was ist los was ist los da so konzentrieren Monstro 2 oh nö Monstro 2 war schwer glaube ich oh man ach ja das war Monstro 2 war so 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 Mist. Was ist das? Damage ab. Aha. Interessant. Alter Schwede. Der ist doch eigentlich schon tot. Sehr schön. Was ist das? Noch mehr Damage. Voller Schaden und voller Schuss. Okay. Maximaler Schaden und maximale Schussfrequenz. Mehr geht nicht. Okay. Wollen wir nicht. Komm mal hier nicht hin. Okay. Der Schaden ist schon echt heftig. Echt heftig. Gut. Also wenn wir jetzt den Boss sehen, gehen wir glaube ich auch einfach direkt hin. Ich möchte kein Upgrade mehr, weil eigentlich langt mir das alles, was ich gerade habe. Ich darf mich nur beim Boss nicht anstellen wie der erste Mensch. Ich darf mich auch vorher nicht anstellen wie der erste Mensch. Was ist das? Nimmt mir nichts. Komme ich eh nicht hin. Und wieder treffen lassen. Total schlecht. Einfach nur. Na Gott. Gut. Das für Viecher. Boah. Münzen, Münzen, Münzen. Gott. Zweieinhalbherzen für Mom. Zweieinhalbherzen für Mom. Das reicht sowieso wieder nicht. Oh Gott. Das ist mir immer so ein bisschen das Genick brächtes. Alles was schießt. Ach komm. Ja, da ist die. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.